Hallo Leute und herzlich willkommen bei MiAppleCat. Heute zeige ich euch, wie ihr euer iPad als Zweitbildschirm benutzen könnt. Um dies zu tun, braucht ihr lediglich die App AirDisplay. Die könnt ihr euch im App Store für das iPad und für euren Mac runterladen. Wenn ihr die App auf beiden Geräten installiert habt, könnt ihr euer iPad als Bildschirmerweiterung für euren Mac benutzen. Wie das aussieht, zeige ich euch einmal. Beispielsweise habe ich jetzt hier eine Webseite geöffnet und ich möchte diese gerne auf mein iPad verschieben, da ich auf meine Mac weiterarbeiten möchte. Dann kann ich die Webseite ganz einfach nehmen und ich schiebe sie hier rüber auf mein iPad. Und da ist sie jetzt. Und auf meinem Mac habe ich jetzt wieder Platz und kann weiterarbeiten. So, das Ganze kann ich auch wieder zurückschieben einfach. Eine sehr schöne und wie ich finde nützliche App. So viel ist zur Hauptfunktion zu sagen. Probiert es einfach einmal selbst aus. Ich hoffe euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Euer MiAppleCat. Tschüss.